Hallo zusammen, hier ist wieder Outschela und heute wieder für euch in Battlefestes unterwegs. Und zwar wollten wir heute mal wieder so ein kleines Kisten-Opening-Event machen. Es geht nämlich um eine Mythic Weekly Chess, beziehungsweise ich müsste auch genug Abzeichen zusammen haben, um mir noch eine Azerid-Brust kaufen zu können. Da werden wir auch gleich mal gucken, was ich noch in Trades drauf habe. Ich war ja letzte Woche relativ fleißig und habe am Sonntag noch einige Mythic Plus gemacht. Habe jetzt quasi hier einmal alle fertig, zumindest auf 10 in Time abgeschlossen, um diese Achievement zu kriegen. Sprich jetzt beim Alicja quasi auch soweit mit im Plus, zumindest auf dem 10er-Niveau durch. Wir gucken mal, was ich rauskriege. Ich habe nämlich eine 12er-Kiste gemacht. Und vielleicht für die einen oder anderen, die sich jetzt fragen, hä, vor zwei Tagen kam noch erst ein Mythic Plus Kistenöffnungsvideo. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich ja letzte Woche, Anfang der Woche krank war und dementsprechend dann das Video erst später aufgenommen, beziehungsweise es dann verplant hat, noch hochzuladen. Deswegen quasi kam das letzte ein bisschen später. Und da heute Feiertag ist, kommt dieses ein bisschen früher. Deswegen liegen die relativ nah beieinander. So, was habe ich an Item gekriegt? Ich habe Handgelenke gekriegt und einen Schrein des Sturms. Ich hasse diese Innie. Ich hasse sie. Ja, wer letzte Woche dabei war, Sonntags, Schrein des Sturms, war ein ätzender Kack. Aber die Handgelenke sind tatsächlich besser, als die, die ich habe. Ich würde sagen, die lege ich mal an. Und ja, der Key ist okay, ja. Ich gehe eh Freehold, weil ich das Trinket haben will. Ist auf jeden Fall ein Upgrade. Das war jetzt schon mal schick an der Stelle. Besser wäre natürlich jetzt ein Trinket gewesen. Das wäre noch ein größeres Upgrade gewesen, beziehungsweise tatsächlich ein Ring, obwohl ich da ein 410er, beziehungsweise ein 405er anhab. Aber sowohl die Armschienen, als auch die Hände gibt es ja beim ersten Boss im Mythic-Modus. Heu, warum zeigt es mir keinen Loot an? So, da seht ihr es. Hier, weiter, wenn wir das machen. Und den ersten Mythic kann man halt auch ohne Gilde relativ gechillt mitnehmen. Deswegen wäre das eine schönere Sache gewesen, beziehungsweise eine Waffe hätte ich vielleicht auch noch genommen. Aber gut, hätte, hätte, hätte. Vielleicht dann nächste Woche. So, jetzt haben wir aber, soweit ich weiß, genau genug Titan-Residium. Und wir können uns dementsprechend hier noch ein Item kaufen, und zwar eine Brust. Und jetzt wird es nämlich wichtiger. Drückt mir die Daumen, dass ich was mit vernünftigen Stats bekomme. Und zwar, was kriege ich? Uh, 415. Ist jetzt spannend. Ich brauche, wenn dann, was für PvE oder PvP-VP. Okay, was hat es an Trades drauf? Also, wir haben schon mal Hauen, das Hauen-Trade mit drauf. Das ist für Guardian echt gut. Das hier ist defensiv gut. Jetzt schauen wir, was wir noch haben. Blutzruck ist okay, würde ich sagen. Das ist auch okay. Das Schild finde ich immer schöner. Wisst ihr, wo dann alle 30 Sekunden ein Schild wirkt, ist eine schönere Sache. So, und jetzt gucken wir mal noch für PvP, ob es dafür was taugen würde. Dafür habe ich leider die falschen Trades drauf. Und zwar, dann spiele ich ja im PvP eine Katze. Und was hätte ich jetzt hier zur Auswahl? Ich habe einmal, ähm, ja, dass mein Dot ein bisschen mehr Damage macht. Das ist nicht schlecht. Krallenheben. Also, für PvP finde ich es jetzt nicht so prickelnd. Nee, schade. Aber für Guardian ist es nicht schlecht. Dann nehmen wir doch mal das Spielwandel ein bisschen defensiv. Nehmen hier gekrümmte Klaue mit rein. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, den Blutzruck, den finde ich tatsächlich besser. Was haben wir denn hier? Das ist nicht so verkehrt. Aber wir nehmen hier die Heilung mit. Und wir können es auch direkt upgraden auf das maximale Item-Level. Denn ich habe meine Heilskette schon auf 49. Und ja, mittlerweile kann man das ja relativ schnell hochpassen. So, dann ist es ein 420er Item. Das hat mir jetzt dann doch wieder ein Python-Level hochgebracht. Jetzt ist der Char zumindest 411 equipped. Das ist doch schon mal nicht sonderlich schlecht. Viele Items fehlen wir jetzt nicht mehr, die ich low-gegeert habe. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, eigentlich noch die Hände. Und ein Trinket würde ich jetzt noch besser nehmen, beziehungsweise natürlich die Waffe. Ich habe zwar jetzt auch noch eine 400er, wobei die aus dem Schrein natürlich schon relativ stark ist. Muss man einfach dazu sagen. Mit diesem Schild ist eine nette Sache. Haben sie aber leider im PvP ein bisschen genervt. Macht jetzt nur noch die Hälfte ein Absorb-Schild. Was es im PvE bewirkt. Ich habe es nur fast gedacht, dass es nerven. Weil es einfach sehr, sehr, sehr stark war. Ich habe da ein paar Arena-Games als Katze gemacht. Und habe kaum noch Damage. Also es sind nur 25% was absorbiert. Aber 25% sind 25%. Das merkt man natürlich schon krass, dass man weniger Damage kriegt. Jetzt nur noch die Hälfte. Naja, ist denke ich mir immer noch relativ gut. So, das war es mit dem kleinen Opening-Video. Schreibt mir mal gerne rein, was ihr so gekriegt habt die Woche. Würde mich echt interessieren. Und dann gucken wir nächste Woche, ob ich vielleicht mal eine Waffe, Trinkets, sowas in die Richtung kriege. Und ja, aber soweit sieht es recht gut aus mit meinem Ali-Charme mittlerweile. Kann man nicht meckern, was ich an Gier bekommen habe. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Eutela. Ciao.